was geht und willkommen bei einem neuen video die wir haben gerade 2 u 14 freunde und leute wir sind gerade bei mir hatten eigentlich vor gehabt heute ein video mit denen zu drehen aber leute er geht einfach hoch und schläft einfach ein wir sind gerade hier in der küche freunde ich habe wirklich vor ihm hier gleich einfach mal die haare abzuschneiden das wird krass nicht gut gehen dann wird sich mal so leute 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 vor allem er hat gerade graue haare und hat so lange versucht die haare grau zu bekommen hat ich blende euch das mal kurz ein schaut euch das mal an es will einfach nicht groß ich weiß nicht vielleicht bin ich einfach eine missgeburt und dann dachte ich mir so okay leute ich will mir jetzt mal einfach mal grau färben das ist kein grau jetzt könnt ihr sehen ist ein bisschen blond geworden war ich habe jetzt noch mal eine blondierung drüber gemacht meine haare sind immer noch gelb heute gehe ich meine haare endgültig grau färben jetzt sollte er gerade gesehen ich habe endlich ich habe jetzt endlich endlich meine grauen haare man du musst auf jeden fall dazwischen kommen das ist nicht wie jetzt schon voll am zittern leute du musst wirklich dazwischen das schlimme ist nur das teil leute es funktioniert nur wenn es eine steckdose ist ich muss gucken wir das irgendwie hinbekommen ohne dass das merkt doch an seinem bett so eine steckdose ja aber was wenn er das merkt das gute ist bei ihm wenn er schläft leute er schläft keine ahnung was er macht einfach nicht auf und sie müssen irgendwie noch die zweite kamera platzieren und dann kann das spektakel auch beginnen aber jetzt ohne spaß gibt mir handraut dass du dazwischen gehst oder so der film der feiert seine haare so krass momentan das wird radikal ich hatte diese achse du machst das du gehst dazwischen so Bis zum nächsten Mal. 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 Hey, Digga, das ist aus wie mein Vater. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.